Wir leben in Transformation Times. Transformation Times gibt uns die Herausforderungen, aber sie haben auch sehr spezifische Schwierigkeiten. Wir leben in einer neuen Zeitung der Gesellschaft. Sie wissen, es gibt drei verschiedene Namen über diese Gesellschaft. Die Amerikaner die Anglo-Saxons bezeichnen diese Zeit als Zeitung der Maschine Nummer 2. Wir können sicher sein, dass es ein Zeitungsgesellschaft wird. Ein Zeitungsgesellschaft, wo die Information spielt eine sehr wichtige Rolle. Bio-Technologie, Nanotechnologie und andere Art von den modernen Wissenschaften bringen uns neue Formen der Produktion, neue Formen der sozialen Relation. Für unsere Foreign Policy, die Sicherheit und Stabilisierung spielen eine sehr wichtige Rolle, als ein paar Jahre später. Wir haben diese fünf Länen Stabilität mit einer positiven Agenda. In unserer Region, was sehr wichtig ist, dass wir in den internationalen Zusammenhang, in den internationalen Zusammenhang, eine positiven Agenda. In diesem System, was wir in der Norden-Mediterranäne, in der Norden-Mediterranäne, dieser spirit von Rhodos, hat ein Ziel. Es hat ein Ziel. Ein Ziel. für den Balkan ist, dass wir in der Europäische Union, in der EU und in der Norden-Mediterranäne, Und alle arbeiten, dass das, was wir nennen, die Westen Balkans, die Albanien, plus die Städte, die nach dem Verbrechen der Jugoslawien wurden, werden alle Mitglieder der Europäischen Union in Eidro geworden. Wir haben die Türkei, die Türkei öffelt, die Türkei öffelt, die Türkei öffelt. Für uns als Bürger der Türkei ist das, dass die Türkei ein demokratisches Europa-Europäische Land wird. Wir werden keine Probleme haben. Wir halten die Türkei öffelt, aber wie ich meine Türkei sagte, dass die Türkei öffelt, die Türkei öffelt, die Türkei öffelt. Sie wollen, dass sie ein Teil der Europäischen Union sind. Sie wollen, dass sie die Europäische Regeln, die wir denken, die Regeln der Verordnung, die wir denken, die Regeln der Verordnung. Das ist die Türkei, das ist nicht unsere. Sie müssen entscheiden, wo die Realität ist. Das ist die Türkei öffelt. Sie wurden in die Türkei öffelt. Sie wurden in der 90er Jahrhunderte, die in der Zeitung, die in die Kirche geplant haben. Sie wurden vor dem Körper, vor dem Kopf und vor dem Gehirn, vor dem Gehirn, vor dem Gehirn, vor dem Gehirn, vor dem Gehirn der Kirche. Wir sagen, und wir glauben sehr tief in unser Herz, dass im 21. Jahrhundert kein Land gibt, unter dem aktuellen Macht des 3. Jahrhunderts. Es kann kein Mitglied der Europäischen Union oder der UN-Nationen sein, der nicht die Führung des Waren. Die Cyprus ist der Zeit, um ein Normal-State zu werden. Ein Normal-State, wie alle Staten, die Europäische Union und die UN-Nationen.